Haben Sie sich nicht auch schon oft gedacht, ich zahle zu viel für den Strom? Wollten Sie sich nicht auch schon immer besperren, aber haben sich selber für zu klein erachtet? Dann haben Sie jetzt die Chance, bei einer großen Aktion mitzumachen, dem Aprilernst. Ja, der Aprilernst, am 1. April von 18.50 bis 19.00 Uhr bei Ihnen zu Hause... Strom aus!